Die Sackpfeife oder der Dudelsack ist ein Holzblasinstrument. Zum Spielen wird Luft aus einem Luftsack durch Armdruck in Spiel- und Bordounpfeifen geleitet, wo Einfach- oder Doppelrohrblätter die Töne erzeugen. Grifflöcher am Spielrohr dienen zum Spielen von Melodien, während Bordounpfeifen einen gleichbleibenden Dauerton hervorbringen. Im Zusammenklang entsteht die für Sackpfeifen charakteristische Mehrstimmigkeit. Der Klang der Bordoun-Töne ist meist ein tieferes, sattes Brummen, die Melodiepfeifen klingen höher, je nach Instrumententyp auch durchdringender. Im deutschsprachigen Raum kam das Instrument im Laufe des 19. Jahrhunderts außer Gebrauch, erlebt aber in den letzten Jahrzehnten eine Wieder- bzw. Neubelebung. Sackpfeifen waren und sind innerhalb und außerhalb Europas weit verbreitet. Es gibt eine große Fülle unterschiedlicher Formen, Materialien und Verwendungsweisen. Wer das Instrument spielt, wird als Sackpfeifer bezeichnet. Bezeichnungen Dudelsack und Sackpfeife Der Wortteil Dudel lässt sich von Duten, Tuten herleiten, das auf dem Hirtenhorn, Kuhhorn, der Posaune oder einem ähnlichen Instrument Blasen bedeutet. Der lautmalerische Wortstamm ist mit dem russischen Duda, Pfeife, Europfeife, Schalmai und dem tschechischen, slowakischen und polnischen Dudi für Sackpfeife verwandt. Das Suffix-ILN verleiht dem Verb Dudeln eine iterative Bedeutung, woraus sich auch die Konnotation von eintönig, schlecht musizieren ergibt. Aufgrund dieses Beiklangs wird im instrumentenkundlichen Zusammenhang häufig der neutralere Begriff Sackpfeife statt Dudelsack verwendet. Aufbau und Spielweise Sackpfeifen haben folgende Grundbestandteile, die bei den vielfältigen regionalen Formen unterschiedlich ausgeführt und kombiniert werden. Luftsack und Luftzufuhr Der Luftsack wird meist aus abgedichtetem Leder oder aus einem ganzen Tierbalk hergestellt. Oft wird Ziegenhaut verwendet, daher der Begriff Bockpfeife. Sofern Fell verarbeitet wird, kann dieses nach innen oder außen gewendet sein. Heute wird auch Synthetikmaterial für den Luftsack verwendet. Dekorative Überzüge aus Stoff sind häufig. Der Spieler bläst den Sack mit dem Mund durch ein Anblasrohr oder mit Hilfe eines Blasebalks auf. Bei fast allen Sackpfeifen sorgt ein Rückschlagventil dafür, dass die eingeblasene Luft nicht zurückströmen kann, wenn der Spieler Atem holt bzw. den Blasebalk aufzieht. Der Sack wird mit einem oder beiden Armen gegen den Körper gedrückt, um einen möglichst konstanten Luftdruck im Sack zu erzeugen. Der an die Spiel- und Bordeonpfeifen abgegeben wird. Spielpfeife Die meisten Sackpfeifen haben eine Spielpfeife. Spielpfeifen können eine zylindrische oder konische Bohrung haben. Mit konischer Bohrung klingen sie lauter als mit zylindrischer. Spiel- und Bordeonpfeifen werden meist aus den auch sonst für Holzblasinstrumente verwendeten Tonhölzern gefertigt. Die Spielpfeifen der meisten Dudelsäcke sind diatonisch in reiner Stimmung gestimmt. Tonartfremde Töne können nur begrenzt durch Hilfsgriffe gespielt werden. Klappen sind selten. Nur wenige Spielpfeifen werden überblasen, sodass der Tonumfang der Oktave nur wenig überschritten wird. Besonderheiten Die sizilianische Zampugna hat zwei Spielpfeifen, die für zweistimmiges Melodiespiel geeignet sind. Die im Mittelmeerraum und im Nahen Osten verbreiteten, bordeonlosen Sackpfeifen haben zwei parallele Spielrohre mit teils parallelen, teils unterschiedlichen Bohrungen. Diese können entweder mit flachen Fingern gleichzeitig gegriffen werden und klingen unisono. Oder eine der beiden Pfeifen übernimmt die Funktion des Bordons bzw. Stufenbordons. Beispiele dieses Typs sind Metsved, MIH und Tulum. Bordoun-Pfeifendüddelsackformen mit einem oder zwei Bordounen sind häufig, auch mehr Bordounen sind möglich. Es erklingt der Grundton der verwendeten Tonart bei mehreren Bordounen in verschiedenen Oktavlagen. Daneben kann die Dominante verwendet werden. Um das Instrument in verschiedenen Tonarten zu verwenden. Können die Bordoun-Pfeifen auf mehrere Bordoun-Töne gestimmt werden oder einzeln stumm geschaltet werden. Bei einigen Sackpfeifentypen, insbesondere solchen mit überblasbaren Spielpfeifen oder umstimmbaren Bordünen, sind die Bordüne weniger empfindlich gegenüber Druckschwankungen. So können Tonhöhe und Klang der Spielpfeife variiert werden, während der Bordoun gleich bleibt. Eine Besonderheit stellen die gedagten Bordüne der U-Yin-Pipe-Star, die beim Öffnen von Klappen auf unterschiedlichen Tonhöhen erklingen. Die Musette-Decor hat mehrere gefaltete Bordüne nach Art des Rankettes, die zudem über Schieber auf verschiedene Töne gestimmt werden können. Spiel- und Bordoun-Pfeifen werden meist durch eine Hülse, den sogenannten Stock, mit dem Luftsack verbunden. Rohrblätter Die Rohrblätter für Spiel- und Bordoun-Pfeifen werden normalerweise aus Schilfrohr hergestellt. In neuerer Zeit auch aus Kunststoff oder Metall. Die Spielpfeife kann ein Einfachrohrblatt oder ein Doppelrohrblatt haben. Doppelrohrblätter haben einen lauteren, intensiveren Klang, ähnlich dem der Schallmeyen. Bei west- und mitteleuropäischen Formen überwiegen für die Spielpfeife Doppelrohrblätter. In anderen Regionen traditionell Ideoglotte Einfachrohrblätter. Bordoun-Rohre haben häufig Einfachrohrblätter. In traditioneller Herstellung wird in die Seitenwand eines Rohres eine Zunge eingeschnitten. Heute werden häufig auch entsprechende Hülsen aus Kunststoff mit aufgebundenen Blättern verwendet. Die Dimensionen der Bordoun-Rohrblätter sind auf den jeweiligen Ton bzw. auf die verwendete Rohrlänge genau abgestimmt. Dudelsäcke werden teils in geschlossener, teils in offener Griffweise gespielt. Geschlossene Griffweise heißt, dass in der Grundstellung alle Grifflöcher von den Fingern abgedeckt werden. Um andere Töne zu erzeugen, werden die entsprechenden Grifflöcher einzeln geöffnet. Die offene Griffweise entspricht im Grundsatz der Griffweise anderer Blasinstrumente, wie Z. B. Der Blockflöte. Das heißt, es werden von oben nach unten so viele Löcher abgedeckt, wie es die Tonhöhe erfordert. Die halbhoffene Griffweise kombiniert diese beiden Prinzipien. Da eine Sackpfeifenspielpfeife ständig einen Ton erzeugt, wird zur Trennung von zwei Tönen gleicher Tonhöhe mindestens ein anderer Ton kurz dazwischen gespielt. Aus dieser Notwendigkeit haben sich Sackpfeifenspezifische Verzierungen entwickelt, bei denen oft mehrere kurze Zwischentöne zur Trennung von zwei gleichen Tönen eingeschoben werden. Geschichte Der historische Ursprung des Instruments lässt sich nicht sicher ermitteln, da die ältesten Zeugnisse vereinzelt und in ihrer Deutung nicht immer eindeutig sind. Als möglicherweise älteste Darstellung einer Sackpfeife wird ein hertitisches Relief aus Alakajüg diskutiert. Ein persisches Relief aus Susa aus dem 6. vorchristlichen Jahrhundert zeigt eine Gruppe von Musikern, wobei ein Instrument in Umriss und Haltung der Nayanban verblüffend innelt, die bis heute im Südtiran gespielt wird. Im aramäischen Teil des Daniel-Buchs steht neben einer Reihe anderer Musikinstrumente der Ausdruck Sumponja. Dieses geht auf griechisch Symphonia zurück, welches auch die Wurzel für die spätere italienische Namensform Sampogna bildet. In der Antike steht diese Verwendung jedoch isoliert, daher ist die Stelle nicht sicher zu deuten. Ohne dass ein Name des Instruments genannt wird, könnte in den Stücken des griechischen Komödiendichters Aristophanes von Sackpfeifen die Rede sein. In pitholemischer Zeit finden sich in Alexandrien mehrere Terracotta-Figurinen mit eindeutig als Sackpfeife zu erkennendem Instrument. Eine sitzende Figur mit frügischer Mütze hält eine Panflöte vor dem Kinn und hat vor dem Bauch einen Luftsack mit einem Spiel- oder Bordunrohr. Ein Anblasrohr ist nicht dargestellt. An das Knie der Figur drängt sich ein Zwerg. Der Dudelsack wird offenbar als exotisches Instrument wahrgenommen. Der römische Historiker Sueten überliefert, dass Kaiser Nero sich als Utricularius präsentiert habe. Dieser Begriff hängt mit Lat-Utriculus-Weinschlauch zusammen. Die Übersetzung als Sackpfeifer ergibt sich aus einer Referenzstelle bei Dion Chrysostomos, der von Nero berichtet, er sei fähig, den Aulus sowohl mit dem Mund als auch mittels eines unter die Achsel geklemmten Sackes zu spielen. Martial verwendet kreuzisierend den Begriff Escaulis, Sackpfeifer. Aus der Bemerkung, dass Nero sein Instrument mit oder ohne Luftsack spielte, lässt sich ein Bordun-lose Form vermuten. Eventuell hat es aber bereits in der Antike Formen mit separaten Bordunrohren gegeben. Eine undartierte Gemme zeigt einen Sater mit Panflöte und einer Sackpfeife. Diese hat zwei Spiel, ein Bordun und ein Anblasrohr. Ähnlich komplex ist eine Abbildung aus Rom, die von Francesco Biancini mit einer Spielpfeife und zwei Bordunen dargestellt wird. Mittelalter Die frühsten Belege im Mittelalter sind literarisch. Im sogenannten Dardanusbrief von Pseudo-Hieronymus wird ein einfacher Sack mit zwei Lufthoeren beschrieben, durch das erste wird er aufgeblasen. Aus dem zweiten kommt der Schall hervor. Im Mittelhochdeutschen werden Sügelbalch, Pfeifenbalch und Balchsügeln, Baugpfeife gebraucht. Bildliche Darstellungen in Handschriften, Wandbemalungen und Holz- oder Steinplastiken sind ab dem 13. Jahrhundert in größerer Zahl vorhanden. Im Figurenprogramm gotischer Kirchen können Engel oder Dämonen mit Sackpfeifen dargestellt werden. Zu dieser Zeit bestehen offenbar vielfältige Formen nebeneinander her. So zeigen die Kentigas de Santa Maria einen Bordunlosen Typ, eine Form mit zwei gleich langen parallelen Rohren, einem Spiel und einem Bordunrohr. Die oben und unten miteinander verbunden und reich verziert sind. Weiterhin ist ein dritten Typ mit gedoppeltem Spielrohr und zwei gedoppelten, frei am Luftsack angebrachten Bordunpaaren abgebildet. EVTL Dient diese Doppelung zum Umschalten der Grundtöne. Daneben sind auch zwei Platerspiele mit schallmeiartigem Spielrohr und kürzerem, zylindrischen Bordun dargestellt. Die manessische Liederhandschrift belegt, dass der Dudelsack im Mittelalter auch zur höfischen Kultur gehörte. Eine Darstellung zeigt ein einbautoniges Instrument mit einem konischen Bordun, der etwas länger ist als die ebenfalls konische Spielpfeife. Die andere hat einen stark konischen Bordun, der etwa doppelt so lang wirkt wie das Melodierohr. Lediglich eine mittelalterliche Sackpfeife ist im Original bis in die Gegenwart erhalten, die Rostocker Spielpfeife aus dem 15. Jahrhundert. Darüber hinaus sind die mittelalterlichen Sackpfeifen aber durch viele Beispiele in der Kunst erschießbar. Bis ins 15. Jahrhundert überwiegen einbautonige, mundgeblasene Sackpfeifen. Renaissance und Barock in seinem Werkmusika getutscht und ausgezogen stellt Sebastian Werdung eine Sackpfeife dar, die seit dem 16. Jahrhundert in Mitteleuropa weit verbreitet war. Ein zweiborduniges Instrument, wobei das längere Bordunrohr etwa doppelt so lang ist wie die konische Spielpfeife. Das bedeutet, dass der Bassbordun zwei Oktaven unter dem Grundton des Spielrohrs klang. Der zweite Bordun ist etwa anderthalbmal so lang wie das Spielrohr und klang entsprechend eine Quinte über dem Bass. Auf der Vorderseite der Spielpfeife sind sieben Grifflöcher erkennbar. Eine gleichartige Abbildung bietet Martin Agricola in seiner Musiker-Instrument Allesdeutsch. Instrumente dieses Typs sind in der Malerei Naturgetreu wiedergegeben. Z. B. von Hieronymus Bosch, Peter Brügel D. E. Albrecht Dürer oder Hendrik Terbruggen. Andere Formen bestehen daneben fort. Michael Praetorius stellt im zweiten Band seines Werkes Syntagma Musicum insgesamt sechs verschiedene Typen maßstäblich dar und gibt jeweils die Stimmungen dazu an. Er macht jedoch keine Angaben über die Art der Rohrblätter. Dem zweibordtonigen Typ des 16. Jahrhunderts entspricht die Schäferpfeife mit zwei zylindrischen Bordunen auf einem Stock und einer konischen Spielpfeife, deren oft schlechte Intonation Praetorius bemängelt. Als Bassinstrument dient ein Bock mit langem zylindrischen Bordunen zylindrischer Spielpfeife, die beide in Schaltrichter aus Horn münden. Kleine und entsprechend hörklingende Instrumente heißen Hümmelchen und Duday, beide haben zylindrische Spielrohre. Als er exotische Formen beschreibt er ein Instrument mit zwei Spielrohren, das er einmal im Erzstift Magdeburg gesehen hat und ein Instrument nach Art der französischen Müsset. In seiner Schrift Harmonie universelle gibt Marine Mersenne detaillierte Beschreibungen verschiedener Dudelsäcke mit detailgenauen und maßstäblichen Abbildungen z. t. mit Angabe der Stimmungen. Das einfachste von ihm beschriebene Instrument hat einen einfachen zylindrischen Bordunen mit Doppelrohrblatt und ein Chalimo genanntes Spielrohr, nach Art der Chalmei mit einer Klappe, die von einer Fontanelle geschützt wird. Ausführlicher beschreibt er eine Sackpfeife mit zwei Bordunen, wovon ein kurzer zylindrischer Bordun auf einem Stock mit der Spielpfeife steckt, während ein langer Frey am Sack befestigt ist. Beide Bordunen haben einfach Rohrblätter, während das Spielrohr ein Doppelrohrblatt hat. Die von ihm beschriebene Misset wird von einem Blasebalg gespeist. Die vier Bordunen des Ranked-Borduns sind mit Doppelrohrblättern besetzt und können durch Schieber gestimmt werden. Der Tonumfang des Chalimo ist durch Zusatzklappen nach oben erweitert. Weiter beschreibt Mersene italienische Instrumente mit zwei v-förmig angeordneten Spielpfeifen und einem in der Mitte angeordneten Bordun. Ein kleineres Instrument entspricht der bis heute erhaltenen Surdolina, wird aber von Mersene Samponia oder Organine genannt. Eine große Form bezeichnet er als Surdelein. Nach seinen Angaben hat diese zwei Spielpfeifen mit Grifflöchern und mehreren Klappen. Dazu kommt ein sehr langes, gefaltetes Bassrohr, dessen Bohrungen durch Klappen geschlossen sind. Dieses Rohr erklingt erst, wenn eine Klappe geöffnet wird. Das entspricht dem Prinzip der Regulators der späteren Uyen-Pipes. Im Frankreich des 18. Jahrhunderts wurde der Dudelsack in der höfischen Kultur als Hirteninstrument im Rahmen der pastoralen Idylle geschätzt. Dafür wurde die Messette zur Messette-Decor weiterentwickelt. Diese Instrumente waren reichhaltig verziert. Namhafte Komponisten komponierten Stücke für Messette auch mit Orchester. Wie bei den früheren Formen werden Blasebalk und Runkettbordton verwendet. Die Spielpfeife ist mit Hilfe von Klappen chromatisch zu spielen und wird um eine Petit Chalimo genannte kurze Pfeife ergänzt, die beim Öffnen von geschlossenen Klappen erklingt. Diese erweitern den Tonumfang für Melodien auf zwei Oktaven. Eine detaillierte Darstellung bietet die Encyclopädie von Diderot. Im 19. und 20. Jahrhundert im 19. Jahrhundert war der Dudelsack nur noch bei Schäfern, Hirten und Waganten in Gebrauch. In seiner Bedeutung für die Tanzmusik wurde er aufgrund seiner melodischen und harmonischen Beschränkungen zunehmend verdrängt. Geige und Klarinette verfügten über einen größeren Umfang und konnten chromatisch gespielt werden. Die seit Anfang des 19. Jahrhunderts technisch verbesserten Blechblasinstrumente waren lauter und daher für Musik im Freien besser geeignet. Schließlich bot das aufkommende Akkordeon die Möglichkeit für einen einzelnen Musiker, mehrstimmig zu musizieren. Im deutschsprachigen Raum und Nordeuropa war der Dudelsack zwar noch bekannt, hatte aber seine Bedeutung verloren. Abgesehen von Großbritannien, wo die schottischen Great Highland Pipes im Rahmen der Militärmusik eine besondere Stellung hatte, blieben die Sackpfeifen nur in Randlagen oder unzugänglichen Gebieten bis ins 20. Jahrhundert erhalten. Auch in diesen Bereichen ging die Zahl der aktiven Spieler bis Mitte des 20. Jahrhunderts stark zurück. Seit den 70er Jahren ist das Interesse an Sackpfeifen neu erwacht. Einerseits werden die unterschiedlichen Typen als Zeichen der regionalen Traditionen und Identität neu geschätzt. Sie werden im Rahmen der Folklore aber auch im Vogt verwendet. In Deutschland finden traditionelle und neu entwickelte Sackpfeifen auf Mittelalterfesten und Märkten großes Interesse und gehören zum Instrumentarium des sogenannten Mittelalter-Rock. Daneben werden historische Bauformen im Rahmen der historischen Aufführungspraxis rekonstruiert und gespielt. Heute beschäftigen sich Instrumentenbauer und Musiker häufig übergreifend mit Typen unterschiedlicher historischer oder regionaler Herkunft. Verbreitung und Formen Die Abgrenzung der verschiedenen Formen ist nicht immer eindeutig. Einerseits können dieselben Bezeichnungen für ganz unterschiedliche Instrumente stehen, andererseits haben nahe verwandte Instrumententypen in verschiedenen Regionen unterschiedliche Bezeichnungen. Außerdem variieren Instrumentbauer die Formen nach individuellen Vorstellungen und Bedürfnissen und machen dabei auch Anleihen aus Instrumenten anderer Regionen oder Epochen. Die unterschiedlichen geografischen Formen sind heute auch außerhalb ihrer Ursprungsregion anzutreffen, so haben Z.B. die Great Highland Backpipes weltweit Spieler und Publikum. Mitteleuropa in Deutschland finden sich heute nach Bauten historischer Instrumente sowie für die Musik der Mittelalter-Szene neu geschaffene Typen. In der tschechischen Volksmusik steht der böhmische Bock in ungebrochener Tradition. Auch in Süddeutschland und Österreich findet der Bock in der Volksmusik wieder seinen Platz, den er im Laufe des 19. Jahrhunderts verloren hatte. In der sorbischen Folklore spielt der Dudelsack eine wichtige Rolle. In Skandinavien und Osteuropa gibt es ein oder mehr Bautonige Formen, auch Varianten des Bocks. Säkpipa, Torupil, Datmaises, Dudas, Duda, Duda, Wollünka, Wollünka. Britische Inseln in Schottland hat der Dudelsack eine besondere Tradition als Instrument am Hof. Im britischen Disaming Act nach der Schlacht bei Kaloden wurde die schottische Tradition größtenteils untersagt. Dies betraf die Hochlandkleidung aber nicht die Sackpfeife selbst. Heute werden die Great Highland Backpipes einerseits als schottisches Nationalinstrument angesehen. Andererseits haben sie sich durch die Militärmusik der Briten weltweit verbreitet. Great Highland Backpipes, Scottish Small Pub, Border Pub, Shuttle Pub, Northamrian Small Pub, Uyen Pipes, Pian WN und Gwen Leadek, TP, Pibach WD. Neben der Müsset, die im Barock am französischen Hof beliebt war, bestehen in Frankreich zahlreiche regionale Formen mit zum Teil ungebrochener Spiel Tradition. Bini U, Conemose Ducenta, Müsset Pechone, Conemose Bourbones, Schabrette, Feuze, Caprette, Boja, Müsset de Cur. Iberische Halbinsel in Nordwestspanien sind in den lokalen Escuelas de Gaitas Musikschulen mit Sackpfeifenunterricht. Zehntausende Sackpfeifenschüler registriert. Aber auch in anderen Gegenden des Landes ist die Sackpfeife verbreitet. Gaita, S-A-C-D-Gemex, Xeremia oder Xeremis. Eine lebendige Spieltradition bis in die Gegenwart hat besonders die Zampugna in Süditalien. Baguette, Piva, Zampugna, Südosteuropa In den regionalen Musiktraditionen Südosteuropas haben sich viele Formen erhalten. Gaida in Slavonien, der Herzegowina, der Voivodina und in Serbien, Makedonien und Albanien. Kaba Gaida de Jura Gaida, Schuta Gaida, Gaida und Zambauna, Askomentura, Chimpoi. In Nordafrika, Malta und Vorderasien sind Baudunlose Formen mit parallel angeordneter Doppelspielpfeife verbreitet. Ähnliche Formen gibt es auch nördlich des Mittelmeeres. Muzvet, Akuku, Tulum, auch Gouda, türkische Provinzen Reis und Advin und Aserbaidschan. Chiboni, Gudastfiri, Pakabzug, Nayanban, Yebo. Auf dem indischen Subkontinent gab es im Mittelalter mehrere Sackpfeifen, darunter die nordindische Massak oder die Titi. Die im 18. Jahrhundert durch importierte Instrumente der britischen Kolonialherren ersetzt wurden. Der einheimische Dudelsack wurde von den Briten abgrenzend als Pungie bezeichnet. Heute in Indien der Name für das Blasinstrument der Schlangenbeschwörer, das wegen derselben Tonerzeugung eine Vorform des Dudelsacks darstellt. Sackpfeifen überlebten in Indien als britisches Erbe und sind gelegentlich bei Prozessionen zu sehen. Die traditionelle Massak aus Ziegenhaut wird in ländlichen Regionen Nordindiens und in Pakistan vor allem bei Hochzeiten gespielt. In der Region Gawal am Südrand des Himalaya sind zwei Sackpfeifenspieler, die den Hochzeitszug anführen, praktisch unverzichtbar. Die Bi-Hopa-Gemeinschaft in Rayaansten spielen sie zusammen mit der Streichlaute Sarangi, Flöten und dem Doppelrohrblatt-Instrument Chennai. Verwandte Instrumente Ein nahverwandtes Instrument ist das Platerspiel, bei dem eine Tierblase als Luftreservoir dient. Andere Instrumente, deren Ton mithilfe eines Luftbalges erzeugt werden, sind die Orgel- und die Akkordeon-Instrumente. Weitere Windkapsel-Instrumente sind Krumhorn-Rauschpfeife und der als Übungsinstrument für die Great Highland Backpipe verwendete Practice Shoté. Bei einigen Sackpfeifen werden die Spielpfeifen gelegentlich als eigenständiges Instrument direkt mit dem Mund angeblasen. Bemerkenswert sind der ägyptische Agul und die sardinischen Launadas, bei denen mehrere Pfeifen von der Luft der Mundhöhle gespeist werden. Da diese Instrumente in Circularatmont gespielt werden, gibt es funktionale Parallelen. Ähnliches gilt für das indische Instrument Pungi. Dort dient ein Körbis als Windkapsel, die ein Melodie- und ein Bordunrohr aufnimmt. Als Luftreservoir dient ebenfalls die Mundhöhle. Andere Bordun-Instrumente sind die Drehleier, Bordunzitter und Doppelflöten. Mittlerweile sind auch elektrische Sackpfeifen, die MIDI gesteuert an einen Verstärker bzw. an einen Computer angeschlossen werden können, auf dem Markt. Erfinder war der astorische Musiker Jose Angelhevier zusammen mit dem Computerprogrammierer Alberto Arias und dem Techniker Miguel Dopeco. Untertitelung des ZDF für funk, 2017